Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen, hier ist die Kiria, Kiria Vandekamp. Ich feiere heute den 365. Tag meiner 365 Tage Facebook Live Challenge. Und am liebsten würde ich jetzt schon mit einem Glas Sekt mit euch anstoßen, aber ich habe gleich noch ein Coaching und ich finde, meine Klientin hat es verdient, dass ich noch klaren Kopfes bin, von daher verschiebe ich das auf später. Aber heute Abend feiere ich und wer das noch nicht mitgekriegt hat, ich habe eingeladen zur Tanzparty mit mir, könnt ihr auf meinem Feed ein bisschen runterscrollen, dann findet ihr das, wir treffen uns per Zoom, wer Lust hat mit mir zu tanzen, ist herzlich eingeladen dazu. Und manche haben gefragt, ja was hat dir das denn gebracht, was hast du gelernt in dieser Zeit, warum hast du das überhaupt gemacht, wie war das und so habe ich jetzt einige Fragen zu bekommen. Und ich habe selber mal so ein bisschen zurückgeblickt, ich bin jetzt nicht alle Videos durchgegangen, weil das sind viele, ja. Ich habe das erste Video, das allererste Video nochmal angeschaut, also als ich beschlossen habe, ich mache das, ich habe es nicht, dass das mein allererstes Video war, ich habe vorher auch schon Videos gemacht, aber nicht in dieser Frequenz von jedem Tag. Und eben vor einem Jahr habe ich mich selbst, mir selbst gegenüber und euch gegenüber committet, dass ich jetzt ein Jahr lang jeden Tag ein Video machen würde. Und manche haben auch gefragt, gab es ein bestimmtes Thema? Nein, es gab kein bestimmtes Thema. Ich habe mir einfach gesagt, ich mache jeden Tag ein Video. Ich habe auch gesagt, ich verspreche nicht, dass da unbedingt immer was Schlaues dabei ist. Und das habe ich wahrscheinlich auch gehalten. Manchmal waren vielleicht schlaue Sachen dabei oder öfters auch. Und manchmal waren es auch ganz witzige Sachen. Ich habe mal geguckt, wie lange denn die Videos waren. Ich habe mal so kurz durchgescrollt. Das kürzeste, was ich gefunden habe, war 49 Sekunden. Da habe ich nur gesagt, hallo und tschüss, ich gehe jetzt auf ein Date. Da habe ich es nämlich den Tag immer nicht geschafft, noch ein Video zu machen. Und das war das zweite Date mit dem Mann, mit dem ich jetzt auch in einer Beziehung bin. Also die, die das verfolgt haben, haben sehr viel Persönliches von mir mitbekommen. Und das längste Video war 42 Minuten und 6 Sekunden. Das war eine meiner Lesungen, denn ich habe in diesem Jahr auch zwei komplette Bücher vorgelesen. Ein Jugendbuch und ein erotischer Roman. Und das konntet ihr auch verfolgen. Es gab ganz viele unterschiedliche Sachen. Achso, die Frage, warum habe ich das gemacht überhaupt? Ich hatte eine Weile davor, ich habe einer Frau gefolgt, einer Amerikanerin, beziehungsweise sie ist gar nicht, Amerikanerin, die ist Kanadierin. Und die hatte das gemacht. Die hatte da ein paar Mal von erzählt und ich habe einige ihrer Videos gesehen. Und irgendwie hat es mich begeistert. Und ich habe gedacht, wow, das ist echt cool, so ein Commitment zu machen. Und sie hat damals gesagt, für sie war das auch so etwas wie, my word is law. Wenn ich sage, ich mache das, dann tue ich das. Und für mich war der Ausspruch dazu, walk my talk. Das sagt man auf meinem spirituellen Weg auch, so das zu tun, was du gesagt hast. Weil das fällt mir nicht in allen Bereichen leicht. Und ich hatte, bevor ich die Challenge gestartet habe, versucht, einfach schon mal heimlich, stundenleise jeden Tag ein Video zu machen. Und habe gemerkt, nee, wenn ich keine innere Verpflichtung dafür habe, wenn ich das nicht deklariert habe, auch öffentlich, dann kann ich jederzeit ausbüchsen. Da kann ich mich selber verarschen, sage ich mal. Wenn ich dann keine Lust habe und denke, ich weiß jetzt nicht, worüber ich reden soll, dann mache ich es halt nicht. Und deswegen habe ich für mich so einfach beschlossen, für meine interne Integrität, dass ich zu meinem Wort stehe und dass ich das einfach mache. Und auch, dass ich darauf vertraue, dass mir immer wieder was einfallen wird. Und es gab vielleicht so eine Handvoll Male, wo ich, ich würde gar nicht sagen, dass mir nichts eingefallen ist, aber es war manchmal einfach echt knapp von der Zeit. Es gab Tage, die waren voll. Es gab, glaube ich, zweimal in dem Jahr, dass ich es wirklich nicht technisch gesehen hochladen konnte. Das hatte ich auch gesagt, sofern das möglich ist. Und eigentlich hatte ich auch vorgehabt, in diesem Jahr mal eine Woche weg zu sein an einem Ort, wo ich keinen Internetzugang gehabt hätte. Durch Corona hat das gar nicht stattgefunden. Von daher ist das auch ausgefallen. Ja, liebe Katharina, das ist schon ein Jahr. Das ist unglaublich. Am Anfang war das so, ich habe immer das nummeriert. Eins von 365, zehn von 365. Und dann wirkt es wahnsinnig viel. Und dieses Jahr, das ging irgendwie auch ganz schnell vorbei. Und ich muss sagen, mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. Ich habe von der ganzen Weile schon entdeckt, dass die Videos mein Medium sind. Ich bin nicht so eine Schreiberin. Ab und zu habe ich mal Lust, auf Sachen zu schreiben. Aber das ist was, was mir nicht so liebt wie das Sprechen. Und das habe ich entdeckt darüber, dass ich 2016 einen Online-Kongress gemacht habe. Und dann nochmal einen. Mit insgesamt dann 40 Experten, die ich interviewt habe. Und darüber, weil ich mich das getraut habe, habe ich überhaupt erst festgestellt, dass ich das gerne mache. Und dass mir das Spaß macht auch. Ich hatte auch gedacht, vielleicht mache ich in dem Jahr mal noch mehr Interviews. Es ist dann gar nicht so geworden. Sandra sagt, schön war es. Ja, schön. Das freut mich auch. Für mich war es wirklich auch schön. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt komplett aufhören werde. Nein. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich heute diesen Tag feiern kann. Und dass für mich auch dieser Druck raus ist aus meinem Versprechen, dass ich es machen muss. Weil das habe ich mir gegenüber versprochen und euch versprochen. So, dass ich sagen kann, okay, ich kann jetzt erst mal chillen und dann kann ich dann Videos machen, wenn ich wirklich Lust dazu habe, was zu sagen. Ich bin eigentlich selbst auch erstaunt, wie viel über diese Verpflichtung aus mir rausgekommen ist. Und da bin ich auch total dankbar für, weil da ist so viel entstanden. Ich muss noch einiges nachholen, schreibt Rita. Die Folgen bleiben doch offen. Und Katharina sagt, hat mir auch Spaß gemacht. Ja, also du kannst über mein Facebook-Profil diese ganzen Videos finden. Man muss manchmal schauen, da gibt es... Ich habe die meisten Videos, habe ich mich immer auch markiert. Ich weiß nicht genau, wie das auf eurer Seite aussieht. Bei mir ist das immer so, dass ich habe Videos von dir und einfach deine Videos. Das ist ein bisschen unterschiedlich, ob ich mich markiert habe oder nicht. Ich habe heute mal geguckt, wie weit ich zurück scrollen kann. Und ich komme bis kurz vor den Start. Also es schien mir so, dass man irgendwie etwa ein Jahr zurück scrollen kann. Zumindest, wenn man so viel hat. Weiter Lied... Liede? Ladete? Wie heißt die Vergangenheitsform? Lute? Lute ist nicht. Wahrscheinlich heißt es Lute ist nicht. Ich habe 2016 deinen Kongress gesehen und du hast mein Leben positiv verändert. Danke, liebe Eva. Das freut mich so. Also ich bin auch immer wieder total dankbar, wenn ich Feedback bekomme von euch. Weil, was sich die Leute oft nicht vorstellen, wenn du so einen Kongress machst oder auch so Videos machst. Du sitzt allein in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer. Oder ich habe auch ein Video schon im Badezimmer gemacht und in der Küche. Aber letztendlich sitze ich alleine hier. Wenn ihr interagiert, dann kriege ich das mit. Lad, Lute. Ich glaube, es heißt Lute. Wenn ihr interagiert, dann ist das total schön. Das kann ich euch auch nur sagen, für jeden, von dem ihr Videos anschaut oder deren Beiträge ihr schaut, seid großzügig mit euren Kommentaren und euren Likes. Weil die Leute, die das machen, die geben da ganz viel Zeit rein. Also was mich das in diesem ganzen Jahr natürlich an Zeit gekostet hat, ist enorm. Das glaubt ihr gar nicht. Weil über viele Sachen habe ich ja vorher auch ganz viel nachgedacht, bis ich das dann rausbringe. Manchmal auch nur ganz kurz. Aber das ist enorm, wie viel Arbeit da eigentlich drinsteckt. Und ich habe es total gerne gemacht. Also ich habe es von Herzen gerne gemacht. Es hat mir Spaß gemacht. Und das hat auch mein Leben total bereichert. Weil es war wirklich spannend, auch diesen Prozess. Was kommt aus mir raus, wenn ich dem vertraue? Und es war auch schön für mich, dass ich die meiste Zeit dieses Jahres nicht in der Beziehung war. Also für das Video kreativ werden war das total gut. Das habe ich heute Morgen meinem Partner gesagt. Und gleichzeitig ist es auch schön, dass eins der Dinge, die ich manifestiert habe in diesem Jahr, eine neue Partnerschaft ist. Ja, manche, die mir gefolgt haben, haben meine Dating-Stories mitgekriegt. Ich war in Paris, ich war in Venedig. Und habe einige Dates gehabt. Und letztendlich bin ich jetzt seit zwei Monaten in einer Beziehung, in der es mir total gut geht. Und auch das ist noch neu. Und gleichzeitig fühlt es sich schon unheimlich vertraut an. Ich habe gestern erzählt, dass wir ein Human Design Partner Reading hatten, was auch ganz schön war. Und auch bestätigt hat, warum das so nah ist und so intensiv und intim. Und ja, da ist ganz viel Intimität. Ich meine jetzt nicht auf einer sexuellen Ebene, sondern auf der Herzensebene auch. Und das ist wirklich schön. Und es gab in diesem Jahr berufliche Veränderungen für mich. Ich höre gerade auf mit meiner Hebamten-Tätigkeit noch eine Frau, die ich betreue. Die freut sich, wenn ich sie morgen wieder besuchen komme. Nun zeig ihn doch mal. Ja, er will doch nicht. Er hat ja gesagt, dieses Jahr noch nicht. Mal gucken, ob er das hält. Ich weiß es nicht. Er ist dann noch ein bisschen zurückhaltender. Nicht jeder Mensch möchte so viel von seinem Leben im Internet teilen, wie ich das tue. Und das respektiere ich natürlich auch. Ich habe eine Scheidung gehabt in diesem Jahr. Ja, die Scheidung, also die Trennung liegt aber schon drei Jahre zurück. Aber die Scheidung war Anfang dieses Jahres. Und auch damit natürlich viel auf und ab. Und ja, ein Virus. Also ich hatte den Virus nicht. Ich hatte jetzt nur Angina. Nicht diesen berühmt-berüchtigten Virus. Nein, wer hätte das geahnt, dass das ein Jahr wird, wo uns Corona heimsucht. Konnte ja keiner ahnen. Schade, das mit der Hebamme, sagt Katharina. Ja, auf eine Art ist es schade. Und gleichzeitig ist es für mich gerade auch stimmig. Und es hat sich einfach so entwickelt, dass ich gemerkt habe, ich möchte mich mehr meiner Coaching-Arbeit widmen. Weil mir das sehr viel Spaß macht. Wir wollen nur gucken. Ich sag's ihm. Sie nur gucken wollten, nicht anfassen. Nein, nein, nein. Das hilft ja auch nicht. Eben, dass ich mich meiner Coaching-Arbeit mehr widmen möchte. Und ich hatte auch sehr ungute Auseinandersetzungen mit den Krankenkassen. Und das ist auch ein Grund, warum ich aufhöre. Ich habe nämlich im Prinzip im letzten Jahr ganz viel umsonst gearbeitet. Ich habe ganz viel Geld für meine Arbeit nicht bekommen. Also richtig viel Geld. Und das liegt einerseits an mir, weil ich die Rechnungen von Lotta Arbeiten und von Lotta Corona nicht rechtzeitig eingereicht habe. Aber ich hätte doch erwartet, dass man das Krankenkassen in einem Jahr wie diesem etwas mehr Kulanz zeigen würden. Und darüber bin ich wirklich sehr verärgert. Und das ist auch ein Grund für mich, diesen Beruf an den Nagel zu hängen und zu sagen, sorry Leute. Dann könnt ihr mich mal. Dann macht es alleine. Ja, mache ich andere Sachen. Ich bin nicht umgezogen in diesem Jahr. Was schon echt erstaunlich ist für meine 20 Umzüge, dass in diesem Jahr ich hier wohnen geblieben bin. In meiner schönen Wohnung hier. Habe ich schon gefühlt. Jeder hat kreative Ideen. Und da kamen gerade wütende Gesichter, ich nehme an, auf die Krankenkasse. Ja, also ich habe ungefähr ein halbes Jahr umsonst gearbeitet. Für Umme quasi. Das ist heftig. Da hatte ich ziemlich dran zu schlucken. Und habe das jetzt angenommen. Ich habe, als ich diese Entscheidung getroffen habe, noch gar nicht das zu Ende gedacht. Ich bin so eine, die macht dann einfach. Wenn ich eine Inspiration habe, dann mache ich einfach. Und das Verstehen kommt erst nachher. Ja, und das Witzige ist, ich habe da dran gedacht, auf meinem spirituellen Weg, schamanischen Weg, da gibt es Teachings über die 10 Schritte der Schöpfung. Und da ist der Schritt 4, die Entscheidung. Und der Schritt 5, das Verstehen. Und das habe ich früher mal nicht verstanden. Ja, wieso kommt das Verstehen nach der Entscheidung? Ja, das habe ich am Anfang, da habe ich mich da irgendwie schwer getan, das zu verstehen. Mittlerweile verstehe ich das viel mehr, weil ich das tatsächlich oft schon erlebt habe, dann, dass ich eine Entscheidung treffe. Gerade so wie ich bin, weil ich plane nicht alles durch. Ich bin keine Planerin. Ich bin eigentlich relativ unstrukturiert. Ich mache oder ich mache nicht. Aber ich plane nicht wirklich. Und dass ich ganz oft Entscheidungen treffe und dann nachher erst kapiere, was ich da eigentlich entschieden habe. Durchlässig werden, das hat mir heuer sehr geholfen. Ja, das ist für mich auch immer so. Alter Verwalter, das höre ich so oft. Ich weiß nicht, ob du jetzt das meintest mit der Krankenkasse, Tabea, oder was du meintest. Ja, das durchlässig werden und immer wieder loslassen und ins Verzeihen geben. Verzeihen, Vergebung ist eins meiner Lebensthemen. Kann ich immer wieder gut üben. Ja, ich finde, ich habe viele Schritte gemacht für mich innerlich in diesem Jahr. Und da seid ihr auch ein Teil dran. Also, dass ich euch viel habe daran teilnehmen lassen, das hat auch mit mir was gemacht. Also, das ist so, ihr habt ganz viel bezeugt von meinem Leben und meinen Prozessen. Ein Jahr lang, das war schon viel. Und ich danke auch allen für ihre Likes und ihre Kommentare das Jahr über. Das hat mich auch immer wieder sehr berührt. Ich habe auch immer wieder sehr persönliche Nachrichten und Fragen und Kommentare bekommen, die mich wirklich tief berührt haben auch. Und immer wieder Menschen, die mir gesagt haben, wie meine Beiträge ihr Leben bereichert haben und sie zum Nachdenken gebracht haben und zum Umdenken manchmal und ihnen geholfen haben. Das hat mich wirklich auch sehr berührt. Ich habe meine Videos auf Facebook gemacht und geteilt, viele davon auf Instagram und auf YouTube. Das hat für mich auch, sollte auch dem dienen, dass ich meinen YouTube-Kanal mehr aufbaue. Da hatte ich mir auch gewünscht, da mehr Videos zu haben. Das habe ich jetzt. Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt, wie viele es jetzt sind, aber wahrscheinlich so 390 Videos oder sowas. Ich hatte schon ein paar vorher. Und in dieser Zeit sind meine YouTube-Subscriber, meine YouTube-Abonnenten echt in die Höhe gegangen. Es müssen ungefähr so 800, 850 zu Beginn meiner Challenge gewesen sein. Und vorhin waren es 6126. Und die haben jetzt echt nochmal so einen Boost gekriegt. Ich habe auch gemerkt, dass es sehr unterschiedlich ist, die Leute, die meine Sachen anschauen auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube. Ganz anderes Klientel, kann man sagen. Ganz andere Zuschauer. Und ich finde, Facebook ist für mich noch das, wirklich das freundschaftlichste und das freundlichste Medium an Social Media für mich. Wo für mich auch die meisten Kontakte entstanden sind. Auch wirklich interessante Kontakte und nette, freundlich. Ich muss sagen, dass ich auf Facebook sehr wenige Leute habe, die irgendwie negative Kommentare schreiben. YouTube ist da was ganz anderes. Da hatte ich neulich mal einen Shitstorm. Und da gibt es auch echt dumme Kommentare. Also wirklich, ja. Und das sind ganz andere Leute, die da zuschauen auch. Das ist auch witzig, dass Videos auch unterschiedlich oft angeschaut werden, auf Facebook oder auf YouTube. Also mein beliebtestes Video, glaube ich, auf YouTube, ist, glaube ich, das mit dem Blubber-Einhorn. Yeah, wer das kennt, hier mein Blubber-Einhorn. Mein beliebtes Blubber-Einhorn hatte, ich habe vorhin nochmal geschaut, 2.121 Views auf Facebook. Und es hat nur irgendwas mit 800 auf YouTube. Auf YouTube habe ich ganz andere Videos hier geguckt. Da werden alle Videos, die über Sex handeln, total viel geguckt. Das erfolgreichste in diesem Jahr auf YouTube, hier ist das Video, warum ist es von hinten so intensiv? Das habe ich neulich erst gemacht. Das hat schon 144.000 Views. Und mein allererfolgreichstes Video ist aus meinem magischen Masturbationsmonat Mai über Selbstbefriedigung. Das hat über 577.000 Views auf YouTube. Also das ist eine ganz andere Nummer und es sind aber auch ganz andere Leute und ganz andere Kommentare. Facebook ist für Ältere und Insta für die Jugend, hatte mein Junior gesagt. Das hat meine Tochter mir auch mal gesagt. Ich weiß nicht, ob man das grundsätzlich sagen kann. Ich bin ein Einhorn. Also ich finde zumindest für meine Altersklasse ist Facebook ganz gut. Ich sage mal, für alle, die wirklich mehr Kontakt wollen, habe ich das Gefühl, ist Facebook gut. Und YouTube kannst du halt alles gucken. Und da gibt es auch viele, die einfach sehr anonym sind. Die haben dann extra Kanäle, wo sie unter einem Fake-Namen Kommentare hinsetzen können, ohne sich irgendwie dafür schämen zu müssen anscheinend. Und das ist unglaublich manchmal. Die haben dann einfach Kanäle, wo sie einfach nur posten können. Also nicht posten, sondern wirklich Kommentare, die mich echt manchmal wundern. Also ich glaube, ich habe noch nie einen negativen Kommentar unter irgendeinem Facebook-Video gemacht. Ich habe auch noch nie einen Daumen runter, YouTube, noch nie einen Daumen runter gegeben, weil ich die Einstellung habe, wenn mir das nicht gefällt, dann gucke ich das halt nicht an. Ja, ich denke immer, warum gucken denn Leute das an, wenn es ihnen nicht gefällt? Ja, voll witzig. Bei mir ist es die präpartale Kolostrum-Entleerung auf YouTube. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hätte ja auch noch mal Stillvideos machen können, wo ich das Kind anlege. Nee. Also mein allererfolgreichstes Video, da geht es um die Techniken der Selbstbefriedigung. Wie mache ich es mir am besten selbst als Frau? Und das hat auch die meisten Daumen runter und die meisten Daumen hoch. Ich glaube, die Daumen runter, die waren enttäuscht, dass ich es nicht tatsächlich live vorführe. Das wurde ich auch immer wieder gefragt. Kannst du das nicht mal zeigen? Ich dachte, sag mal, Leute, denkt ihr, das ist ein Pornokanal oder was? Ja, ich habe ja oft kein Blatt vor den Mund genommen. Ich hatte lustige Videos auch. Die lustigsten haben mir auch am meisten Spaß gemacht. Aber die sind halt auch spontan so entstanden, wie das mit dem Blubber-Einhorn. Das habe ich auch nicht vorher geplant. Das ist halt so geworden, ja. Und dann gab es Anfang Corona-Zeit eins auf dem Klo. So einen Scheiß, kein Klopapier mehr. Das war auch sehr lustig. Da hatte ich auch Spaß. Und dann gab es mal die vulgäre, entspannende Mittelfinger-Meditation. Wenn dir mal alles stinkt. Die war auch sehr lustig. Und ein Video Geilgeiler am geilsten. Das fand ich auch lustig. Also es gibt ein paar lustige dabei. Ein paar ernsthafte. Ich habe geschrien in einem Video. Ich habe geweint in mehreren Videos. Ich habe nicht vier Hochzeiten einen Todesfall gehabt. Aber eine Hochzeit und zwei Todesfälle in diesem Jahr. Eben eine neue Beziehung. Das war sehr schön. Und Rezepte geteilt. Viel über Sexualität und Geburt. Und persönliche Dinge geteilt. Viel über Beziehung und Liebe gesprochen. Über Slow Sex. Und alles mögliche. Meine Einsichten und Gedanken geteilt. Dating-Tipps. Dating-Geschichten. Manches Spirituelles. Ich habe viel Privates auch geteilt. Also wer mir gefolgt ist, hat mich ganz schön gut kennengelernt, glaube ich. Und freue mich jetzt, dass ich jetzt das Ganze entspannter angehen kann. Also es war meistens auch entspannt. Es hat mir meistens auch Spaß gemacht. Aber jetzt zum Schluss habe ich schon gemerkt, wenn ich in Beziehung bin, ist es schon herausfordernder. Dann gab es dann manchmal abends so das Ding, ich habe ja noch gar kein Video gemacht. Und mein Schatz hat die Augen gerollt, so ungefähr. Ich dachte, ja, dann mach er jetzt. Manchmal saß er daneben. Konntet ihr nicht sehen. Das wusste nur ich. Aber das war auch schön zu sehen, dass ich das auch kann, wenn er daneben sitzt. Und wer Lust hat, heute Abend mit mir zu tanzen um 20 Uhr, scrollt er in meinem Feed ein bisschen nach unten. Dann findet ihr das. Und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Also es wird noch weiter Videos von mir geben. Aber sicher doch. Aber nicht mehr jeden Tag wahrscheinlich. Vielleicht, wenn mich die Muse küsst. Vielleicht auch mal wieder täglich. Keine Ahnung. Aber es wird sicher auch Pausen geben. Und da freue ich mich auch drauf. Und herzlichen Dank, wirklich von Herzen danke an alle, die mir gefolgt sind in diesem Jahr. Die auch mein Erlebnis bereichert haben mit ihren Kommentaren und ihren Likes und ihren Fragen auch. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Viele Fragen, die ich bekommen habe. Geschichten, die mir erzählt habt und so. Da danke ich echt. Yeah, juhu. Katharina, ja. Ich freue mich echt riesig. Und ich danke euch sehr für dieses Jahr. Und schauen wir mal, was da noch so kommt in diesem Jahr 2020. Es hätte ja echt keiner ahnen können, was dieses Jahr so bringt. Und ich bin dankbar, dass es mir in diesem Jahr gut geht. Eben, ich hatte, soweit ich weiß, kein Corona in diesem Jahr. Und war jetzt auch nur einmal krank. Ich habe so mega Respekt vor deinem Durchhalten. War nur einige Male dabei, aber immer sehr berührt. Vielen Dank, Tabea. Du, ich habe auch Respekt vor meinem Durchhalten. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich das nicht schaffe. Das war halt schon so ein Ding, das am Anfang zu deklarieren. Und zu sagen, ich mache das. Und ich dachte, oh scheiße, wenn ich das nicht durchhalte. Weil Durchhalten für mich auch nicht so was Leichtes ist. Ich bin immer gern begeistert für was am Anfang. Und etwas so lange durchzuhalten, ist tatsächlich für mich auch außerhalb meiner Komfortzone gewesen. Und eben auf meinem schamanischen Weg gibt es auch was, das nennt man Kriegeraufgaben. Und das sind Aufgaben, die man sich entweder selber stellt oder auch jemand anders, einen Lehrer zum Beispiel einem stellt, wo man dran wachsen will. Und das war für mich so eine Aufgabe. Das war für mich eine Kriegerinnenaufgabe. Das war nicht innerhalb meiner Komfortzone. Nein, nein, nein. Das war wirklich eine Herausforderung für mich. Und ich bin wirklich stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Und jetzt sagt er, yes! Ja, aber ich war ein Jahr lang jeden Tag live. Ich danke euch von Herzen. Danke, liebe Diana. Und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen in diesem Theater. War eine gute Challenge. Danke, Katharina. Bis bald, ihr Lieben. Ich habe euch wirklich ganz von Herzen lieb. Bitte. Danke. Bis bald.